Wir sind ganz immer pünktlich, mach jetzt was. Ja, ich bin doch schon live, meine Güte. Ach du, der Herr ist schon live. Ja, hallo, ich warte doch nur auf euch. Ja, also hier. Guten Tag zusammen. Und zwar. Und zwar. Haben wir. Haben wir. Einen Vorschlag bekommen. Einen Vorschlag bekommen. Von unserem altbewährten Freund. Ja. Dark Casper Gaming Live TV Online Stream. Einen wirklich guten Vorschlag. Wir sprechen über Superheld Strich Innen im kulturellen, in der kulturellen, hier bitte Wort einsetzen. Dankeschön. Und dazu haben wir uns wahnsinnig schlaue Leute eingeladen. Wie wird das ausgesprochen? Ich hab keine Ahnung. Massachusetts? Du Irrlicht. Was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Massachusetts? Was ist denn los? Das ist doch jetzt alles nicht wahr gerade. Chat? Sag doch mal was. Massachusetts? Massachusetts? Institute? So, okay. Das ist doch Fake, gell? Ich kann es mir noch nicht erzählen. Als hätten die da hunderter. Jetzt reicht es auch noch. Das macht das mit euch. A few moments later. Noch mal? Komm. Wo ist das? Hier. Ah! Warum hast du mich erschrocken? Many hours later. Du musst drücken. Es ging sofort weg. Ja, du musst direkt nochmal drücken. Steht doch hier. Spare dir dein Geld. Wir gehen zum anderen Bären. Das scheint kaputt zu sein. Aber hier steht doch. Press and hold. Hab ich. Gehalten. Du hast nicht gehalten. Ich habe falsche Anweisungen gegeben. Ich habe gesagt, du musst drücken und drücken. Da steht komisch, was hier steht. Das ist so lustig. Aber wieso werden denn denn... Ich kenne das nicht, ehrlich gesagt. Das liegt völlig an mir vorbeigekrieg. Das ist total surreal. Bitte hör auf damit. Das musst du näher am Mikro machen, Alexander. Und freuen sich die Leute. Danke. Jetzt. War das der Lärm die ganze Zeit? Also heute ist ein interessanter Tag. Ich finde den aber sehr abwechslungsvoll. So, Alexander. Wo bist du mit dem Schiff? Wo? Hier. Ich bin auch hier. Habt ihr jetzt wirklich beide hier gesagt? Ja, auf dem Schiff. Das nicht untergegangen ist. Hat das jemand markiert für den Wochenzusammenstand? Ja, bitte. Hallo zusammen. Natürlich wurde das für den Wochenzusammenschnitt markiert. Vielen Dank dafür und wir hoffen, dass es euch bis jetzt gefällt. Vergesst nicht, einen Daumen hoch, die Glocke an und ein Kommentar zu hinterlassen. Weiterhin viel Spaß. Ich finde, wenn es darum geht, auf was man reacten soll, das sind für mich Reaction-Videos. Also ich habe ja auch schon so einen YouTube-Marathon hinter mir und wenn da nur 100 Likes drauf sind, äh, 100 Views drauf sind, gehst du moralisch es irgendwann einfach raus. Das ist wie drei Tage Schnee. Ich hätte nicht sag, wie es ist. Ich habe das auch, auch das habe ich gestern getwittert, also die Anzahl von leicht bekleideten jungen Damen, die meine Tweets neuerdings liken, ist drastisch angestiegen in den letzten Monaten. Was hast du denn gemacht? Also, dass ich mehrere Jahre Hausmusiker der Chorresidenz Bad Salzuflen gewesen bin. Und was hast du genau da gesungen? So Songs wie, hast du gesungen? Da war einmal im Monat war da Tanzabend, Tanz- und Spielabend, da habe ich, das ist der klassischen Beruf des Alleinunterhalters ausgeliefert. Oh Gott. Hast du auch die Amo? Also so, die Amo, solche Lieder? Was ist geblieben von deinen Mich Lieben von 100 Mal Tee? Tee! Amo! Sagtest du das? Du ist amo. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün in den Chat geschrieben. Tommy ist Never Give Up Man, Mega Support Man und Make the Best of It Man. Das gibt zusammen einen ziemlich dämlichen Namen. Drei Capes übereinander sind beim Superheld-Sein vermutlich hinderlich. Für mich persönlich ist Tommy ohnehin Stand-by-Me-Man und der beste Gefährte aller Welten. Diese Art Superheld benötigt bekanntlich kein Capes und lediglich ein graues, verwaschenes Shirt. Für mich ist dieser Stream heute beendet. Vielen Dank. Das war's. Danke, dass du das Video hast. Ich hoffe, dass wir etwas Freude bringen. A little bit of entertainment. In your life. Joy into your life. Ich will dich wiedersehen. Remember, keep smiling, stay awesome. Let the haters hate do your thing, right? Right. Tschüss and bye. Tschüss and bye. Wenn ihr noch nicht Paramount Plus Kunden seid, die Serie ist wann verfügbar? Bald. Ja, scheiße. Wann? Am 8.6. Am 8.6. Chat ist die Serie verfügbar. Ja, und ihr könnt am 8.6. dann euch registrieren. Sieben Tage kostenlos, also ein kleiner Hinweis, sieben Tage kostenlos Paramount Plus testen und könnt dann auch gerne das Abo wieder kündigen, wenn ihr es schafft, in sieben Tagen die Serie durchzubinchen, denn alle Folgen sind sofort für euch verfügbar. So schaut's aus. Das ist doch nice, oder? Und danach einfach kündigen und auf Staffel 2 warten. Ha, 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 ha. Sehr gut. Habt aber nicht von mir den Tipp. Was sagen Sie dazu? Wie finden Sie Paramount Plus und Colraben Schwarz? Äh, El Marque Bonito. Bonito, El Marque.